so und willkommen zurück bei outcast wir versuchen gerade für xiana oder so ähnlich eine leuchtturm lampe zu organisieren dafür brauchen wir so ein komisches erz und mal gucken großes litium stück finden wie sieht es aus bei euch sagte dass ich hierher kommen und nach einem großen stück reinen helidiums fragen sollte ein großes stück ja wir haben gut gibt uns etwas zeit um ihn zu bergen dann werden wir ihn zum was heißt ich will den leuchtturm von xiana reparieren dann solltest du den hiridium schnitzer in ukriana aufsuchen sein name ist asirat wir gehen jetzt asirat asirat müssen wir mal zu asirat 3 ich hoffe jetzt sollte ich langsam wieder meine waffe auspacken packen asirat 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 das muss ja auf der anderen seite sein so ziehen kann ich noch So, schleichen wir uns mal an den Roten hier ran. Uiuiui. Einen Volltreffer abbekommen. Das war's, Asirat, Asirat. Asirat der Schnitzer. Ich kann mir zwar kaum vorstellen, dass er mir jetzt helfen kann. So, Asirat, Asirat. Gefäßhändler, Bettler. Warte mal, zum Bettler können wir mal gehen. Da hatten wir doch noch sowas Vergiftetes. Bettler. Bettler ist da drüben. Achso, der läuft selber gerade. Spazieren. Hopp. Ja, Bettler, warten Sie. Katsu. Hallo. Ja, tralala. Hey, warte. Bettler. 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 Welches Fuck ist das? Scheiße. Warum steht ihr jetzt alle auf dem Haufen rum? Das gibt's doch nicht. So, jetzt besser. Komm, los. Verdrückt. Verpisst euch hier. Dolo Taikes Okaha. Ah. Info Mutasar. Komm, erzähl mir was. Was kannst du mir über Mutasar sagen? Es ist eine Region mit großen Bergen, aus denen Feran sein Helidium gewinnt. Das Daoka, das dort hinführt, befindet sich im Osten der Stadt, gleich bei dem Tor in der Mauer. So, welches Buck ist das? In welchem Burg bin ich hier? Du bist im Gefäßburg, Ulukai. Wenn du ein preiswertes Gefäß brauchst, stattet Tesu einen Besuch ab. Okay, und komm weg. Dolo Taikes Okaha. Könnt ihr euch mal ein bisschen auseinander stellen, Leute. Das gibt's nicht. Dolo Taikes Okaha. Das gibt's einfach nicht. Schwache Energiequelle geordnet. Metall geordnet. Akali Kai oder wie er heisst, suchen wir jetzt. Aki Dingsbombs, da hinten ist er. – Metall geordnet. Na komm. Hier hinten ist er. Waffe erstmal wegstecken, so. Hi Herr Schnitzer. Ist das hier groß genug? Zeig mal. Was ist los? Das ist ein Stück weißes Helidium. Sei vorsichtig damit Ulukai. Sein Phantasma ist unberechenbar. In dieser Größe habe ich es schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen. Wird es bei der Hawk MK8 funktionieren? Kaum vorstellbar welchen Schaden es anrichten kann, aber es könnte funktionieren. Leider muss ich dir etwas berechnen, damit ich meine Steuern zahlen kann. Eigentlich wollte ich deshalb hier das Stück verkaufen, das mir gestohlen wurde. Ja, zahlen wir. Ein Helidium-Brocken kommt sofort. Da. Und jetzt die Phantasma-Waffe. Hier bitte, aber pass damit auf. Ich mache mir mehr Sorgen wegen des weißen Helidiums als wegen der Waffe, Ulukai. Ich muss dieses Mal sehr konzentriert arbeiten oder am Ende dieses Mondes habe ich weder eine Hand noch ein Haus. Komm später wieder. Ich gebe dir dann deine Waffe zurück. Hoffentlich. Gut. Hier wurde etwas gestohlen. Dann hättest du zumindest sagen können, wer dir etwas gestohlen hat. Achja, jetzt schauen wir nochmal, ob wir den Battler finden. Metallschmied. Zeig mal, was kannst denn du schönes. Hi. Okay, du kannst nichts. Den haben wir hier hinten noch. Pass auf, wann das war. Ähm, mehr. Komm weg, weg. Und du hier unten, Kollege? Wir wollen alle nicht, ich würde sagen. Da, da, da. Komm, geht mir doch mal aus dem Weg. Und jetzt wieder alle auf einem Haufen rumklucken, dann aber. Nein. Hier sind alle auf dem Haufen. Ganz so Bettler. Singend. Was singst du da? Es ist ein altes Bergmannslied. Ich habe es immer gesungen, als ich noch in den Minen arbeiten konnte. Möchtest du mit mir singen? Ja. Ich glaube, das muss nicht sein. Nein, sing mit mir. Wenn du es tust, werde ich meinen erlesenen Besitz mit dir teilen. Ich habe seit Monaten mit keinem Talana mehr gesungen. Ich bin kein Talana. Aber du kannst doch trotzdem singen, oder? Auf jeden Fall mitsingen. Du willst also, dass ich singe? Ja. Ja, na los. Ich werde eine Zeile singen und du singst die nächste. In Achtung. 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 Stracaha. Mielea. Huch. Nein, sowas nicht. Bist du sicher, dass du das singen kannst? Willst singen. Du willst also, dass ich singe? Ja. Ja, na los. Ich werde eine Zeile singen und du singst die nächste. In Achtung. Klar. Ja. 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 ist. Okay. Ja.